Pürzlich fand ein Spezial beim Steirwolfi im Walhallenstüble in Lustenau statt. Für die eigene Facebook-Seite vom Steirwolfi wurde eine Filmproduktion und Fotogollage erstellt. Dabei durften die ausgewanderten Vonsdorfer teilnehmen. Als Dank für unsere Anwesenheit gab es für alle Schweinsbraten, Knögel und Sauerkraut. Wir sagen Danke, es war gesellig und fein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018